so was soll ich jetzt eigentlich machen ja warte ich wollte ja eigentlich noch zeigen da war doch eine kiste wo eine waffe drin ist wo bist du ja okay ich muss gucken ob ich das wieder finde ich glaube hier nicht aber hier liegt auch noch was da sind wir reingekommen hier hier um die ecke rum ja 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 ich tolle okay ich hatte einen komposthammer ja okay das kriege ich anders nicht meine schutzwochen gerade aussehen da wieder munition habe ich einen neuen schuss ich wissen dass das für ein geräusch ist zwei schuss melette auch nicht oder doch sechs schuss zusammen ja ich bin schon ach so große kacke die richtung ist gott nix finden wir hier noch sachen tür geht natürlich nicht auch das war klar weil die die von der anderen seite zu war okay ja ich wollte halt nur gucken ob noch sachen hier liegen weil in die andere richtung sind hier zogen ist okay da sind ja ein paar was ist das denn frei doch oh gott und techniker ja Was ist wirklich gut? Nein! Das ist nicht los! Was geht weg? Das ist nicht weg, okay. ich habe keine heilung deshalb sterbe ich jetzt du bist glaube ich beschäftigt na ja eben das weiß ich nicht ob du das hinkrieß ok fast tot ich mag die nagelpistole ja ich hatte dem eben zwar ordentlich schaden zu gefügt als ich im rage modus war aber nicht genug damit er stirbt wir könnten auch ganz einfach dadurch rennen jetzt denken ja das war mein erster gedanke durch zu rennen aber auch soll mit dem büchern war wohl nichts sind wir hier noch hier liegen sachen eine bittarie bittarie jetzt tun wir sachen einsammeln wird man das denn ja das überlebe ich nicht das haus ja zwei schuss in der flinte bist du eigentlich in dem strategisch vielleicht sinnvoll sich in so einer anhänger reinzustellen ich habe ihn fast fast sterbe mal ich habe es nicht oh ja oh nein nein wir hatten oh ich muss aufgehen ich muss aufgehen ich muss weg oh mein ah oh die ja das ist so witz auf mich Leute auf mich ah nein scheiße verdammt hatte ihn fast oh ich habe dir gerade überlegt was sinnvoll ist in so einem Anhänger zu stehen der drei commuters denke ich kann aber auch nicht platz gott also strom war jetzt nichts und ich habe vor allen dingen ich habe keine heilung ja jetzt wieder tot der ist ach jetzt mal ich kann mir die packen mehr aus meinem problem da sind wir die packen mehr die packen mehr die packen mehr die packen mehr denn da noch ja naja hälfte haben wir die hälfte aber ja scheiße jetzt sterbe ich wieder aber ich hatte noch mit dem mit dem mit dem zack weiß mit dem mit dem ich habe mir die weg mehr verdammt das problem kenne ich hätte ich in fast gehabt muss in rage modus kommen dann einmal von alles auf den rhein hauen und dann gleich die weg wieso eigentlich jetzt was kommt denn noch ein ganz verhauften jahren und er dabei ich habe nur ein scharf und ein schuss du ich versuche am leben zu bleiben jetzt mit acht ist dann nur laden hier warten und eine halbe stunde so mehr in der waffe ich versuche wieder am leben zu bleiben raserei wäre bereit bei mir ja doch ja damit habe ich den immer so circa über die hälfte alles klar hatte dann bin ich den see ich in raserei jetzt noch nicht mann jetzt haut er mich immer weg ja aber ich habe ein bisschen okay gut weil ich bin nicht tot zum sterben aber er ist ziemlich angeschlagen sollte was geht und jetzt bin ich tot musst du bitte am leben bleiben schwierig weiß zur not rennen einfach irgendwo das war leider nix ja man kann meistens weil das ja so weitläufig ist kann man meistens wenn man in gefahr ist ziemlich weit weg rennen von dem naja aber ich war sechs teil ich versuche jetzt erst mal so ein paar kleine da weg zu hauen um in den rage modus zu kommen ach das ist ja der schreier sie ist natürlich nicht das was ich man geht doch mal weg der haupt nicht in die aus dem bahn so raserei ist bereit oder ist hier jetzt nicht tot ja ich war der haupt bereit gewesen sterben das ist wieder bereit wo wo ich so gestorben jetzt ist das kristensauges alter kommt machen fertig das kristensauges alter ist der tod ich glaube ja sachen sammeln ich heilen und noch nicht sammeln ja ach der idiot immer noch dann ist es noch nicht ja aber ich glaube auch erst mal jemand zu haben wow was geht denn hier ab oh je was kommt denn da ähm normaler nur jemand da na da na da gott ey hey die kitt ach hat der lustige füße gott ey das ist aber auch hier liebten ich habe nicht eine treibstoff ding hätte man das aber im eifert das geschicht findet man solche sachen ja okay also ja vielleicht nehme ich dann einfach den kanister mal mit ist ja nie ne aber ihr findet man da bestimmt auch ja hier findet man auch richtig sachen ey hast du bei dem schreier hier mal geguckt der hat ja auch einiges noch liegen lassen ja hab ich da war ja glaube ich der schlüssel leer achso sonst ist ja nix mehr messing schlagring komm der ist exquisit den nehme ich mit ich bin noch mal kurz hier zurück weil liegen hier überall noch dinge naja man kam ja nicht so direkt dazu sachen einzusammeln boah ich hänge boah ich hänge oh yes ich habe eine werkbank das ist safe raum oh Gott sei Dank das habe ich jetzt echt gebraucht richtig hätte ich noch eine halbe Stunde so weitermachen können na gut dann ist ja spitze ja sicher so bin ich halt jetzt meine Tore oh oh Sonst noch was hier? Okay, dann können wir erstmal hier reparieren. Ich wollte eventuell das Offiziersschwert mal 400. Ich habe mehrere Waffen, die auf 400 sind. Zweihänder, ne, Zweihänder will ich nicht, aber Offiziersschwert wäre schon schlecht. Welche Waffe könnte ich denn dafür machen? Der ist glaube ich besser, aber kann ich nicht, scheiße. Ah, was fehlt denn dafür? Zweischrott, ernsthaft jetzt? Ja. So, dann cycle ich mal. Okay, dann cycle ich jetzt auch mal hier. Und dann habe ich noch Zweischrott über. Gut, prima, dann kann ich nämlich die... Oh, die ist noch besser. Offiziersschwert. Upgraden. Elektroschuss ist besser. Überlegene Nahkampf-Verstümmler-Mod. Gut. Die wird einen großen Boost für physischen Schaden. Okay, das hört sich gut an. Aber die beste Knarre hatte ich natürlich nicht im Waffenrat, klar. Na klar. Na klar. So, was ist das hier für ein Ding? Wenn du einen Zombie tötest, wird er zusätzliche Raserei erzeugt. Okay. Oder noch? Wirklichkeits-Boost. Ne, das geht nicht. Er erhöht den Schaden, das machen wir sowieso. Explosion. Ja, komm. Oh ne, die kann ich nicht. Scheiße. Kann ich auch nicht. Auch nicht. Warte, Glied machen schon. Und die Haltbarkeit. Ja. Das kann ich wieder nicht. Ich müsste mal zumachen. Ich mach mal zu. Komm, mach mal das auch noch. So, das ist dann jetzt mal eine bombastische Waffe hier. Bombastische? Ja, 481 Schaden. Mit Abstand meine heftigste Waffe. Ähm. Warte mal. Kann ich bitte diese Sachen hier einsammeln? Ja, das ist möglich. Boah, lass mich doch mal an das Ding da unten an. Jetzt hier aber der falsche. Ach so, ich wollte in den Rucksack. So, dann haben wir die nach oben. Dann wollte ich noch... Gucken, was ich erstellen kann. Kann ich jetzt Munition herstellen? Wieder nicht. Das mit der Munition geht mir ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Bei mir ging's. Bei mir ist es so selten, dass ich Munition herstellen kann. Uh. Drei wenig jetzt mal. Ach, ich bin wieder da. Oh. Drei wenig jetzt mal. Ach, ich bin wieder da. Ach, ich bin wieder da. Ähm. Da haben wir Wasser. Wasser ist hier allgegenwärtig. Da auch wieder Wasser. Energie trink. Irgendwas hört sich schon wieder nicht gut an. Ach, die Scheiße. Ah. Oh Gott. Oh. Oh. Boah. Oh. Oh. Okay, ist denn alles gut dabei, wie ich sehe? Ach, das war Emma. Hab ich gar nicht mehrkannt. Äh. Oh, ja. Oh, warte, hier liegt ja noch was. Okay. Oh, da unten brennen welche? Was ist in die andere Richtung? Was ist das denn hier, wo ich da draufstehe? Ja, ne, eine Bahn. Ah. Da hinten ist nix. Glaub ich. Ja, so müssen wir wohl da runter, wo die brennenden Viecher sind. Ja, das hast du einfach ein Problem da unten. Jetzt rennt er bis zum Ende des Zus. Warte mal, kann ich da nicht draufstehen? Oh. Ich hab leere Fähigkeiten Slots. Oh, da. Hey. Oh. Ach so. Ich bin nur hinter dir. Oh. Nur dann. Ah. Gut. Krass ist, wenn die schreien. Das gibt mir kein altes Gefühl. Ja, ein Handy. Oh! Da ist er. Ja, warte. Warte mit deinem Mann. Okay, du bist jetzt so hinten rauf. Bist hier auf der Seite? Ah, da ist Feuer. Müssen wir aber wohl nachher durch. Okay. Das scheiß Ding da. Hatte ich eigentlich so nicht vor. Hier könnte man eine Sicherung rein. Ich packe hier mal eine Sicherung rein. Dann geht hier nämlich noch eine Tür auf. Juge Frau. Ach so, okay. Nur, ähm... Ah, nee. Bin dumm. Bist du so. Im Inferno Malma. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ähm... Ich bin so dumm. Ja... Ja... Ich bin so dumm. Oh, scheiße. Ich hab nur einen Schauber aus. Und der... Okay, der ist gestorben. Ich hab doch noch einen Schuss. Wo bist denn du jetzt? Oh, der hat eine Maschinenpistole gekriegt. So, das ist doch gut. Ja, guck mal in den Raum. Wo schießt du? Wer lebt noch? Wer lebt noch? Nein, tut er nicht. Er hat den Mund bewegt. Und der ist am Stöhnen. Bei mir nicht. Bei mir ist der einfach regungslos tot. Na, das Ding ist ja eigentlich doof. Das Maschinengewehr ist cool. Ah... Natürlich. Nee, lass ich liegen. Gibt mir nix. Hier war da eben noch ein Wasserkanister. Hier war da eben noch ein Wasserkanister. Nimm die Wasserkanister jetzt hin. Hast du die alles schon verwendet? Ich hab eine verwendet. Hier waren noch mehrere. Ach so. Ach so. Das müsste ja auch schon reichen, wenn wir einfach das Wasser, das Öl da abdrehen. Ja, aber... Ich hab schon Baden jedoch. Da hast du ein Wasserkanister.